Hallo zusammen, endlich geht es weiter mit Kenji und das was ihr da hinten seht ist schon meine erste kleine Basis, ich habe ja gesagt ich baue da erstmal zwei, drei Sachen auf, bevor es dann wieder losgeht und ich musste, wo ist denn der Stein, hier war ein Stein, hier war original gerade ein Stein an den Feuern, naja ich musste auf jeden Fall mal kopfüber hier meine kleine Base verlassen, weil ich Besuch bekommen habe, den ich nicht wollte und ich habe ein paar ja Probleme will ich nicht sagen, also ihr seht hier, ah, das macht es von alleine anscheinend und zwar ist hier mein Weedthrow, meine Weedthrow Farm, meine erste kleine und das Wasser geht anscheinend von alleine nach unten, ich dachte ich muss das selber hier verarbeiten, anscheinend muss ich das nicht, es wächst auch Growing49, obwohl ich nichts gemacht habe, das ist gut, der Old Soldier, falls ihr euch wundert, ist so eine kleine fette Kanonenkugel geworden, das ist aber okay, wenn haben wir den Plank, Plank ist verantwortlich für den Well, da hat er auch schon ein bisschen hochgezogen, wie gesagt hier war ein Stein an den drei Feuerstellen, der jetzt weg ist und hier kommt mal das Weedthrow rein, hoffe ich doch mal, Sue ist meine Chefin, warum hat die überhaupt noch, so jetzt ist nämlich die Frage, doch sie haben nichts, nicht das Wichtige geplündert, das ist sehr gut, das ist mein erstes Teil zum, ja, Speichern, ne, also Lagermöglichkeit, was ist los mit dir, manchmal machen die das nicht, ach so, ich glaube die kann gar nichts mehr erforschen, jo, das ist es, da liegt der Hase, äh, links, gut, Scratch, was machen wir mit Scratch, Scratch hat bis gerade eben hier dran gearbeitet, macht er auch weiter, soll auch ein bisschen so sein, Die Maschine ist full, ja, wie wäre es denn mal, wenn du dann mal was aus der Maschine rausnimmst, so, wir haben schon einige Iron Plates hier, da wird es ja auch direkt langsamer, äh, Eisen gibt es hier sehr, sehr viel, Copper habe ich noch nicht gesehen, Die Rucksäcke habe ich hier reingepackt, weil, ähm, die, die Stats beim Kämpfen, äh, runterziehen So, jetzt gucken wir Logan, du krummer Hund, raus Du darfst jetzt Tag Level 2 Erforschen Und das ist ein Wind, ich weiß nicht, woher der kommt, aus dieser Ebene, aus dieser dunklen, das ist die sumpfig Ebene, ich zeige euch das mal eben auf der Karte, wo ich bin, da ist eine Waystation, die ist jetzt nicht eingezeichnet, doch, da ist sie, und ich bin hier quasi am Abgang zum Sumpf, also ich liege hier ganz vorteilhaft eigentlich zwischen diesen drei Siedlungen, Ich habe hier nur eine Menge Bäume, es sind auch nicht mehr so viele Bäume, eben waren es viel mehr Bäume, hier ist noch eine Menge Eisen, es kommt mir so ein bisschen immer random vor, wie das hier entsteht, auch wenn man speichert, ich weiß nämlich auch, neben meinem Haus war ein riesiger Baum, der hat hier so über das Dach geguckt, das fand ich eigentlich recht schön, deshalb habe ich es auch da hingebaut, unter anderem, Und jetzt ist der Baum weg, also, solche Sachen passieren, ich habe den Hunger runter gedreht, beziehungsweise hoch gedreht, ihr müsst, wenn ihr das Spiel beginnt, müsst ihr den Hunger auf 8 drehen, dann haben die Leute halt langsamer Hunger, ich gucke mir mal die Stats an, ja, 295, geht also langsam runter, Ich bin froh, dass es hier weitergeht, dass ich die Base langsamer ans Laufen kriege, und zwei Stunden noch, ah, es geht relativ fix, Und dann bin ich mal gespannt, was ich dann so bauen kann, Jetzt ist sie fertig, Und wir haben Makeshift Walls, Windgeneratoren, ich möchte Baking, Was ist denn mit eigenes Dings, Material, Baumaterial, Okay, wo ist denn, Stone, Stone Raffinerie, Ah, ich brauche noch Research Bench, Level 2, ich muss mal ganz kurz schauen, ob ich die bauen kann, wenn nicht, was brauche ich dafür, Moment mal, Mining, da, da ist Stone Mine und Stone Prozessor, Ähm, 2, braucht 10 Iron Plates, Ich glaube, ich könnte die in den Raum kriegen, Na, wenn ich das hier, ich mach das einfach mal, ach, geh doch ran, warum macht ihr es mir immer so schwer, Wenn ich das dismantle, vielleicht kriege ich da sogar noch Rohstoffe raus, das weiß ich gar nicht, Scratch, was ist schon wieder los mit dir, ha, Ja, Eisenplatten haben wir auf jeden Fall genug, Logan ist so ein bisschen mein Wasserträger, der, äh, obwohl der kann eigentlich, der bellt auch seinen, seinen Rucksack da auf, Ist jetzt nicht zu verwechseln mit dem Logan von den X-Men, meiner ist viel viel stärker und besser, Jo, bin mal wieder zusammengeknüppelt worden, Jetzt haben wir sie aber hier zu dem, Zu dieser Siedlung gelockt, jetzt wollen wir mal gucken, Nein, ihr kämpft jetzt nicht, ihr lasst die anderen mal kämpfen, das ist das, was ihr am besten könnt, So, jetzt könnt ihr alle mal auf einen gehen, Jaaa, ist egal ob Freund oder Feind, wir sammeln die Reste ein, Aua, ne, ihr werdet ja wohl drei gegen einen fertig werden und um meine Kanonenkugel, Boah, mit der möchte ich mich auch nicht anlegen, nice, Wir gehen rin in den Kampf, gibt ja ein paar Stats dafür, paar Punkte, zack, Ähm, Medic, so, Logan hat glaube ich, weiß gar nicht, irgendwer hat Medics, außer der Old Soldier, Äh, ist natürlich jetzt, Haares Braut wieder so anzufangen, aber ich bin das eigentlich schon gewohnt von diesem Game, Es lässt mich einfach nur verzweifeln, So, können wir mal bessere Waffen haben vielleicht? Nö, können wir nicht. Ja, wir lassen denen jetzt mal, die Klamotten, äh, ich mein, die Rosen lassen wir denen mal an, ne? So sind wir nicht, den die auch noch ausziehen, der hier hat, warte mal, Das ist eine Sache, meine Kanonenkugel muss ja auch was, na, muss ja auch was anziehen, Normalerweise ist doch da immer so ein Anführer dabei, der irgendwie, Der mal was besseres hat, oder? Der Alde verkauft zuerst hier sein Kram, Ich weiß nur nicht, warum er immer um die Theke gehen muss, das ist so ein bisschen, Weiß ich nicht, unnötig. Ich hoffe immer, das waren alle, Und, äh, meine werden da nicht totgeschlagen, aber es sieht nicht so aus. Äh, looking to buy, show me what you are, ah, wir verändern ab und zu mal, Die Dialoge sozusagen, so, und jetzt gehen wir nach der Reihenfolge durch, Scratch geht drin, hat ja jeder was zu verkaufen, Und ich kann immer, immer mehr Leute ansprechen, es wird immer mehr. Wir nehmen, was nehmen wir denn? Ist jetzt nicht viel, was ich bekomme, merke ich gerade so. Ich lege alles in Bücher an, Die brauche ich sowieso. Immer diese neunmal klugen. Ach, leck mich doch, hat der Platz, ja das ist doch gut. Plank auch noch. Ich komme noch und kaufe euch alle, Leute. Ihr denkt, ihr seid cool, ihr seid nicht cool. Jetzt habe ich denn natürlich, jetzt habe ich natürlich alle, Kleidungsstücke verkauft, und meinen anderen nichts mitgebracht. Aber ganz ehrlich, wenn die, die sich da rum kaputt hauen lassen, sind sie selber schuld. Wir sind wieder zurück. Plank hat immer noch den Auftrag, hier am Brunnen rum zu machen. Das hat er aber in der Stadt nicht versucht. Ich schließe daraus, dass das nur passiert, wenn er einer gewissen Entfernung dazu ist. Ach, Cookie. Jetzt müsste ich es natürlich noch aufsammeln können. Das sind auf jeden Fall Building Materials. Das hat das Spiel schon öfter gehabt, diese Probleme, dass man Sachen nicht direkt anbilden konnte. Oder drüber, oder drunter, oder wo auch immer. Ja, scheiße. Scheiße ist es. Egal. Wir versuchen einfach mal unser Bestes. Was ist das für eine Scheiße? Ach nee, Leute, das passt doch nie im Leben. Das ist auch anders geworden, glaube ich. Warum? Jetzt kann ich noch mal ein größeres Haus bauen, oder was? Dann anders. Wir probieren mal, selber Baumaterial herzustellen. Schon. Ja gut, das geht. Wie Stone Null. Warum ist denn hier kein Stone? Hier ist überall Stone. Oh Gott. Ja, das ist ein bisschen schade. Ich weh, oder? Ich weh. Ich weh. Ja bitte. Ah. So, scratch. Ja, I don't have any building materials. Du könntest natürlich auch welche aus der Kiste nehmen. Du Stück. Jetzt hat er das nicht verkauft. Geht mir schon auf den Zeiger, der Typ. Nein, er kann es nicht, dann muss er das. Geh da jetzt hin. Es ist ein bisschen was weg. Old Soldier hat Schuh verbunden. Muss jetzt noch ihn verbinden. Ich brauche Betten. Die werde ich auch gleich bauen. Er ist bei minus 6 Stomach. Das heißt, er müsste theoretisch... Theoretisch müsste er gleich aufwachen. Ich habe immer Angst, meine Truppe zu trennen. Normalerweise würde ich jetzt einem den Auftrag geben, Jo, lauf mal mit dem abgefarmten Eisen in die City. Und dann ist gut. Kannst nicht bringen. Das kannst du nicht bringen. So, du hilfst da vorne mit. Weil du einfach krass bist. Und dann brauchen wir noch den Prozessor. Aber für den Prozessor... Da benötigen wir... Sechs. Ach, Iron Plates. Ja, lecko mir. Die habe ich doch. Ja, ist doch cool. Ja, dann haben wir doch... Leute, dann haben wir doch... Dann lasse ich erstmal hier die Eisenproduktion sein. Und dann kann nämlich... Dann können die hier so eine kleine Kette machen. Ich hebe euch den Stone Prozessor hin. Und dann... Jetzt ehrlich. Sieben Stück. Ja, komm, das kann aber auch eigentlich... Wenn er nicht zu blöd ist, kann er auch der Old Soldier machen. Weil dann ist ja GG, ne? Dann haben wir... Dann haben wir es ja. Jo, mach mal. So, ihr zwei... Knallköpfe. Ihr könnt jetzt mal... Euer Leben lang hier drin schuften. Und drei können wir reinschicken. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, ich werde hier gleich... Ein bisschen die Zeit... Manipulieren. Alles schneller machen. Und was ist überhaupt hiermit los? Plank! Hör auf! Das ist nicht mehr dein Job. Das ist jetzt dein Job. Das gucken wir uns an. Er hacket! Es ist nicht schön. Auch wenn Plank ne Sie ist. Ist Plank ne Sie? Ich glaube, es ist ne Sie. Es wird. Guckt euch das an. Old Soldier muss noch zweimal Eisenplates holen. Und dann sind wir in der Lage, selber... Aha! Construction Materials... Ups! Herzustellen. Das wollen wir. Das ist gut. Und mit... Oh nein, das Beinchen. Und weil es so schön dunkel ist und mauschelig wird, sage ich, danke fürs Einschalten. Und ich hoffe, ihr seid im nächsten Part wieder dabei, wenn wir hier hart weiter exploren und explorieren oder expandieren. Das viel mehr, ne? Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Ja, 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 oh, 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 oh